Sompé, Verwandte Seelen, Charles-Henri. Langeweile beherrschte das Leben von Charles-Henri. Um sich die Zeit zu vertreiben, begann er die Liste seiner Eroberungen aufzumachen. Bald war er bei einer bedeutenden Zahl angelangt und konnte es sich nicht verkneifen, seinen im ganzen Hühnerhof renommierten Triumphschrei auszustoßen. Indes da fiel sein Blick auf das rührend zärtliche Taubenehepaar, die Martins, und ihr trautes Glück erschütterte sein Selbstgefühl. Mit einem Male erschien ihm alles eitel, nichtig, und ihn durchzuckte die Idee, darüber eine Fabel zu erdichten. Und er begann, Es waren einst zwei Tauben einander zugetan. Diese glänzende Talentprobe entlockte ihm abermals seinen berühmten Triumphschrei und er wiederholte den ersten Vers seiner Fabel. Es waren einst zwei Tauben einander zugetan. Ja, da war wohl etwas dran an diesem Vers, so schien ihm. Aber es war noch nicht das Gelbe vom Ei. Enttäuscht wandte er sich wieder der Liste seiner Eroberungen zu. Und er hat sich wieder der Liste seiner Eroberungen zu erdichten. Und er hat sich wieder der Liste seiner Eroberungen zu erdichten.